Hinten rum? Hm. Nicht da, Luca. Dankeschön. Einzige Tag im J ohne Vergleich. Ah! Ah! Oh Gott, hab ich mich erschrocken. Oh, leck mich doch ab, Arsch. Okay, möglicherweise sollte man nicht, während man kämpft, Dinge vorlesen. Alter. Ein paar Sekunden später. Dalu ist da. Ach, guck mal, Dalu, hallo. Gar nicht mitbekommen. Vielleicht hatte ich gerade Stress. Also, du kannst doch gerne schon reinkommen. Wenn du willst. Oder wer auch, ob er gerade zuhört. Oh! 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 Ich höre, User, join your channel. Irgendwer. Hallo. Ah, hi, Dalu. Ist ja genau richtig gekommen, ey. Ich hab gar nichts mitbekommen, dass du da warst. Du, Raju, dankeschön. Das war meine Donation, die ich abgelehnt hatte. Echt jetzt? War wirklich das deine Donation? Ja. Du Sack. Du hast den Text nicht zu Ende vorgelegt. Ja, konnte ich nicht. Ich hatte möglicherweise ein kleines Problemchen.